Ich nehme 50 Euro für mich und 500 Euro für Libanon, für die Familie. Mama, darf ich bitte eine Prünge haben? Bitte, diese, die schmecken voll lecker. Hassan, 2,50 Euro. Hassan, wir müssen sparen, Hassan. Nimm hier 50, 99 Cent. Okay, du nimmst diese, aber du teilen, mach ihn mit 60 Bruder, Hassan. Hey, Mama, ist das dein Ernst? Wir müssen sparen. Oh, Mama, nein. Yallah, Hassan, wir müssen sparen, yallah. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, es ist ein Kuhül, es ist Haram, es ist Haram. Schnell weg, mach ihn. Mama, Mama, komm, schnell. Nutella, ein Angebot, schnell, schnell, komm. Komm, komm. Geh, alle, 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 alle. Achoru, alle, alle. Komm, nur noch ein paar Einkaufungen angen. Schnell! Schnell! ARD Text im Auftrag von Funk